Ja, lieber Horst, vielen Dank für diese freundliche Vorstellung, dass ihr mich auch in dem Jahr wieder für einen Vortrag angefragt habt, hat mich wirklich sehr gefreut. Es ist natürlich schwierig, jetzt hier nach Horst Moser vor Ihnen zu stehen, aber ich will mein Bestes versuchen, um Sie ein bisschen auch für die Geschichte des Editorial Designs zu interessieren. Horst hat es erwähnt, in diesem Jahr hat die Konferenz unter anderem auch Metropolitan Ideas als eins ihrer Themen gewählt. Ich will in den nächsten ungefähr 20 Minuten die Ausgangsfrage dieses Themas, inwieweit nämlich Stadtmagazine, Urbanität zukunftsweisend mitgestalten, diese Ausgangsfrage will ich in die Vergangenheit verlängern. Mir soll es heute darum gehen, wie sich Urbanität hier verstanden als ein Gleichklang aus Lebensgefühl, Lebensraum und Lebenswelt, wie sich diese Urbanität in Illustrierten der 20er Jahre niedergeschlagen hat. Ich konzentriere mich dabei auf die deutsche Illustrierte, denn gerade die deutsche Illustriertenpresse hat, zufällig oder beabsichtigt, sie hat immer auch Visionen von Urbanität und urbanem Leben in die Öffentlichkeit transportiert und sie hat vielleicht so genau wie kein anderes Medium reflektiert, was die Großstadt im Prozess der kulturellen Neugestaltung der 20er Jahre bedeutet hat. Es ist nun schon fast 30 Jahre her, dass sich die Berlinische Galerie 1987 mit ihrer großen Retrospektive Ich und die Stadt dieses Themas Mensch und Großstadt angenommen hat, aus künstlerischer Sicht natürlich. Damals wie heute ein Schlüsselwerk für dieses Thema ist Felix Müllers Allegorie auf den Tod seines Freundes Walter Reiner von 1925. Der drogensüchtige Schriftsteller starb allerdings an einer Überdosis Morphin und nicht an einem Sprung aus dem Fenster. Aber trotzdem ist Felix Müllers letzter Gruß ein Sinnbild für den Glanz, aber auch für die Kehrseite der urbanen Milieus, in deren Verlockungen man sich gerade in den Roaring Twenties so leicht verlieren konnte. Wie weit von diesem expressionistischen Schreckensbild war da die kühle und sachliche neue Stadt entfernt, die die jungen Architekten am Bauhaus und anderswo entworfen hatten? Zweckorientiert, funktionalistisch, als Lebensraum auch für eine neue Gesellschaft. Und damit habe ich die beiden Eckpunkte dieses Spannungsfeldes benannt, zwischen Expressionismus auf der einen Seite und der neuen Sachlichkeit auf der anderen Seite, wenn Sie so wollen. Ich habe vor drei Jahren eine Ausstellung organisiert, die sich mit den Visionen von Urbanität in der illustrierten Massepresse befasst hat. Sie sehen hier das Cover der Katalogbroschüre. Ich habe ein paar Rechtexemplare davon mitgebracht, die sich gerne, wenn Sie das Thema interessiert, nach dem Vortrag hier vorne mitnehmen können. Ich will Ihnen aber jetzt zuerst meine Grundgedanken zu diesem Thema näher bringen. Denn die Magazine der 20er Jahre erschienen meistens in den Ballungszentren des Reiches. Diese Magazine sind schnell zu unverzichtbaren Medien der Großstadtkommunikation geworden. In den Periodika der städtischen Avantgarden, dem was wir heute vielleicht als Citymax bezeichnen würden, aber genauso in den Magazinen und Bilderblättern der Publikumspresse wurden Bilder zuerst von der Großstadt, später genauso von der neuen Stadt als Lebensraum vermittelt. Und damit habe ich auch die beiden Teile meines Vortrags benannt. Ich werde ihn zuerst verdeutlichen anhand einiger Beispiele wie die allgemeine Publikumspresse, die Großstadt gezeigt hat. Und dann geht es im zweiten Teil um die speziell stadtbezogenen Magazine an sich, die Vorläufer der heutigen Citymax, von denen wir dann in der Session noch einiges sehen werden heute Nachmittag. Eine der frühesten, vielleicht sogar die erste Publikation in Deutschland, die sich explizit und programmatisch mit Metropolitan Ideas auseinandergesetzt hat, war das heute weitgehend vergessene und kaum mehr auffindbare Monatsmagazin Ich und die Großstadt. 1919, also kurz nach dem Schock des Ersten Weltkriegs, ab 1919 in Berlin mit dem Untertitel illustrierte Blätter für Großstadtkultur und Lebensfreude veröffentlicht. Man beachte den Zusammenhang Großstadtkultur und Lebensfreude. Es ging dort hauptsächlich um erotisch schlüpfrige Anekdoten und Karikaturen, also das, was man damals galante oder pikante Inhalte genannt hat. Bemerkenswert sind aber die künstlerisch hochwertigen Umschlagbilder in Desten-Art-Decostil. Und selbst wenn sich das Thema Großstadt hier auf die Vergnügungsstätten und die Halbwelt reduzierte, auf Femme Fatale und Prostituierte, auf Lebemänner und Dandys, trotzdem haben wir hier einen ersten Zugang zu dem, was wir die Stadt als Phänomen nennen würden. Schon seit 1898 hatte die Zeitschrift Berliner Leben existiert, aber die hat auch primär einen kolportagehaften Blick auf die Großstadt gerichtet. Es ging weniger um eine soziologische oder um eine kulturkritische Perspektive. Die eröffnete dann ein Magazin, das sich zu dem Flaggschiff der intellektuellen Publizistik in der Zwischenkriegszeit entwickeln sollte, die viele von Ihnen werden es sicherlich kennen, der Querschnitt. Er startete 1921 als Marginalien der Galerie Flechtheim in Düsseldorf, also ein künstlerisches Magazin, aber mit dem Jahrgang 1924 und dem Umzug nach Berlin hat der Querschnitt sein Spektrum erweitert und wurde zu einer Kulturzeitschrift ersten Ranges. Richtig ist, dass der Titel Querschnitt keinen konkreten Bezug zu einer bestimmten Großstadt oder zum urbanen Leben im Allgemeinen herstellt. Aber Sie müssen sich verdeutlichen, dass der Begriff Querschnitt damals eine spezielle Bedeutung hatte. Querschnitt stand damals für einen Schnitt durch die Zeit. Es gab den Querschnittsfilm, es gab die Querschnittsliteratur, die sich mit den aktuellen Zeitläuften befassten. Berlin Alexanderplatz wäre solch ein Querschnittsroman gewesen. Und beim Querschnitt war es eben oft eine Reflexion der modernen Gesellschaft aus der Warte der Hauptstadt Berlin. Nicht zuletzt diente der Querschnitt auch als Vorbild für den 1925 gegründeten New Yorker bis heute das Sinnbild des Magazins für ein aufgeklärtes Metropolenpublikum. The New Yorker will be the magazine which is not edited for the old lady in Dubuque, wie der erste Herausgeber Harald Ross zitiert. Und solche Medien eben für ein städtisches, aufgeklärtes Publikum sind auch in Deutschland der 20er Jahre wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der Uhu, das Leben, die Revue des Monats oder Scherls Magazin, ich zähle hier aus Zeitgründen nur ein paar wenige auf, dieser illustrierten Typ fand sein Publikum in einer neuen Mittelschicht. Den Pendlern aus den Vorstädten, die ihren Arbeitsweg mit Lektüre unterhaltsamer Stücke etwas kurzweiliger gestaltet haben. Und die Umschläge dieser Magazine, sogenannte Heftmagazine, bevölkerten gerne auch die modernen neuen Frauen der Weimarer Republik. Und die neue Frau war eine zentrale Figur auch dieses neuen urbanen Milieus. Die neue Frau eroberte sich ihren eigenen städtischen Lebensraum. Sie sehen hier porträtiert, die Architektin, die Automobilistin, die Motorradfahrerin, das sind nur drei Grundmuster dieses weiblichen Vormarschs in neue Domänen, die auch auf den Covers der Illustrierten gerne berücksichtigt wurden. Diese scheinbare Öffnung der Weimarer Gesellschaft, gerade für solche Aktivitäten, hat freilich oft eher einen mythischen Charakter besessen, denn einen tatsächlichen Kern. Denn die Zahl der Frauen, die emanzipiert genug waren, um diese dargestellten Tätigkeiten auszuüben, und das noch zu regelmäßig, war verschwindend gering. Das Phänomen selbst war aber auch nicht geschlechtsspezifisch. Das Porträt des... Das mache ich jetzt zu schnell. Das Porträt des Sportsprechers stammt aus einer Reihe mit sogenannten Zeitgestalten, neuen Berufsbildern, die sich aufgrund des sozialen Wandels in der Weimarer Gesellschaft, insbesondere in den Großstädten, herausgebildet haben. Dieses Porträt erschien auf den Titeln der Berliner Zeitung, der Berliner Illustrierten Zeitung. Die war Ende der 20er Jahre in der Millionenauflage erschienen. Sie war unbestrittener Marktführer im Segment der aktuellen Bilderpresse. Ihr Publikum reichte quer durch alle Schichten, und der Sportsprecher aus dem Rundfunk steht prototypisch für den Innovationsschub, den das Feld der Massenmedien damals kennzeichnete. Deutlich kritischer haben sich naturgemäß die Publikationen der politischen Linken zu den Errungenschaften der modernen Zivilisation geäußert. Sie haben natürlich insbesondere die negativen Begleiterscheinungen dieser zunehmenden Urbanisierung thematisiert. Das renommierteste Organ in den 20er Jahren war die kommunistisch geprägte Arbeiterillustrierte Zeitung, die IZ, im Vertrag von Willi Munzenberg. Ich bin mir sicher, Sie kennen alle die bistigen Fotomontagen von John Hartfield, die haben die Zeitschrift berühmt gemacht. Der Beitrag, den ich Ihnen mitgebracht habe, Berlin bei der Arbeit, zeigt beispielsweise in einer ausdrucksstrahligen Fotoreportage eine Auswahl verschiedener moderner Berufe in der Großstadt, aber natürlich nicht im Text ohne den obligatorischen kapitalismuskritischen Unterton. Verfasser dieses Artikels war der berühmte Journalist Egon Erwin Kisch, der bis heute einer der Galionsfiguren nicht nur der Profession Journalismus ist, sondern er ist unvergessen gerade für seine dichten Reportagen aus diesen unterschiedlichen städtischen Milieus. Und als Allegorie auf den rasenden Reporter Kisch hat der Avantgarde-Fotograf Umbo Otto Umbeer, auch ein ehemaliger Beuräusler, eine Montage erstellt, in der er die Gliedmaßen des Reporters durch die Accessoires der neuen Zeit ersetzt hat. Sie sehen das Auto und das Flugzeug als Beine, Füße, Grammophon und Fotoapparat als die Sinnesorgane, dieses Reporters, der durch die Stadt eilt. Und wie vielleicht keine zweite andere Illustration aus der Zeit verdeutlicht diese Montage. Eine Montage, die übrigens auch für eine Zeitschrift ursprünglich geschaffen wurde, nämlich für den illustrierten Filmkurier zu dem Dokumentarfilm Berlin, die Sinophonie der Großstadt. Diese Montage verdeutet die Rastlosigkeit der Metropolen in jenen Tagen. Und der Berlin-Film selbst ist bis heute ein singuläres Meisterstück der Kinokunst. Dieser Film, er hat in beeindruckenden Bildern die Hybris eben von Urbanität auf die Leinwand gebannt. Einerseits die Technikfaszination, andererseits die Kehrseite, die deprimierenden Lebensverhältnisse in der Berliner Arbeiterschaft in dem Film. Aber das waren eben die Gegensätze dieser Zeit, die oft beschworenen Roaring Twenties mit ihren überhitzten Atmosphären in der Großstadt, das chaotische Treiben einer industrialisierten Massengesellschaft. Als zeitgemäße Darstellungsform für diese Zurwissenheit kam bevorzugt die Fotomontage infrage, wie Sie hier sie ja auch sehen. Mit ihrer Hilfe konnte man nun das Tempo und die Parallelität der sozialen Erscheinungen dynamisch abbilden. Und wie leicht sich auf dieser Art Versatzstücke der städtischen Kultur gegen ein vermeintlich natürliches Landleben ausspielen ließen, und es zeigen die Umschläge dieses eher halbseitigen Medienprodukts namens Figaro. Es ist ein Magazin der Freikörperkultur und es um 1930 bevorzugt solche wilden Bildkonfrontationen für seine Umschläge verwendet hat. Und Sie sehen hier wie einem Panoptikum des Schreckens. Auf der einen Seite das Leben in den Mietskasernen mit der permanenten Beobachtung, die Augen, die Industriearbeit und die Arbeitslosigkeit, polizeilich überwachte Städten der Berliner Prostitution. Und das alles mit dem Idyll der Freikörperbewegung aus Luft, Licht, Sonne und Wasser gegenübergestellt. Und hier sehen wir wie in einem Brennglas verdichtet die ganze Zerrissenheit dieser Epoche. Dieser Umschlag der bürgerlichen Kulturzeitschrift Reklams Universum von 1930 anlässlich der Dresdner Hygieneausstellung, dieser Umschlag verdeutlicht, wie die moderne Gestaltung langsam auch für klassische Printmedien salonfähig wurde. Er wurde entworfen von dem Bauhausschüler Erich Mende. Und ich komme damit auch zum zweiten Teil meines Vortrags. Im Bauhaus und in anderen Einrichtungen der kulturellen Erneuerungsbewegung in den 20er Jahren setzt sich Mitte der 20er Jahre eben ein Gestaltungsprinzip durch, das unter dem Label elementare Typografie verbreitet wurde. Oder später die sogenannte neue Typografie. Die gestalterische Programmatik ist Ihnen allen bekannt. Sie sehen hier ein Beispiel. Serifenlose Schriften, klarer Seitenaufbau, asymmetrische Verteilung der Elemente statt Mittelachsensatz, Einsatz von Fotografie, Mut zur weißen Fläche, nur ein paar Elemente habe ich hier genannt. Für unser Thema ist aber interessant, dass es ausgerechnet ein im weiteren Sinne stadtbezogenes Magazin war, das diese Programmatik schon ab 1926 so konsequent umgesetzt hat, wie weltweit keine andere Publikumszeitschrift. Und damit, und das ist vielleicht meine wesentliche Botschaft heute an Sie, meine wesentliche Botschaft, damit hat sich auch die enge Liaison zwischen neuem städtischen Leben und einem neuen Stil im Grafikdesign begründet. Das neue Leben musste auch modern visualisiert werden. Das neue Frankfurt erschien in der Main-Motropole, damals eine aufstrebende Stadt in Deutschland, unter der Leitung des Stadtbaurats Ernst May. Die Gestalter waren die Geschwister Leistikow, Walter Dechsel, Robert Michel, später Willi Baumeister, alles klangvolle Namen in der deutschen Designgeschichte. Und es wurde mit seinem auffälligen quadratischen Format schnell zu einer Ikone der Moderne in Deutschland. Sie sehen den Untertitel, die Zeitschrift startete zunächst als Monatsschrift für die Fragen der Großstadtgestaltung, später nannte sie sich internationale Monatsschrift für die Probleme kultureller Neugestaltung. Es war ein klarer urbaner Bezug im Untertitel, der Schwerpunkt lag auf Architektur und Stadtentwicklung. Oft mit Blick auf die aktuellen Probleme in dem rapide anwachsenden Ballungsraum Rhein-Main rund um die Metropole Frankfurt, aber schon bald hat sich das Blickfeld erweitert auf alle Phänomene des modernen Lebens. Unter dem Überbegriff des Neue Frankfurt wurden eine Reihe von Innovationen eingeführt und verbreitet, die uns heute allen noch geläufig sind. Unter anderem das Neue Bauen mit Wohnungen für das Existenzminimum, heute wird man sozialen Wohnungsbau sagen, oder vielleicht am berühmtesten die Frankfurter Küche, die erste Einbauküche der Welt als ergonomisch optimierter Arbeitsplatz der Frauen. Die Zeitschrift mit dem Namen Das Neue Frankfurt galt deswegen schnell als das Fachorgan für die moderne, urbane Lebensführung und während der sieben Jahre, in denen sie bestand, bis 1933, während diesen sieben Jahren war das Neue Frankfurt das Organ einer wirklich breiten Erneuerungsbewegung in Deutschland. Sie werden vielleicht sagen, dass die Auflage aus heutiger Sicht gering sein mag, 4.000 Exemplare laut Anzeigenpreisliste 1930, das ging dann zurück auf 3.000, 1931, 2.500, 1932, aber diese Zahlen sind weniger wichtig, denn ungeachtet dieser doch eher überschaubaren Zahlen kann man die Bedeutung von diesem Periodikum für die kulturellen und intellektuellen Umwälzungen in der Weimarer Gesellschaft kaum überschätzen. Denn seine Ausgaben gingen an die Meinungsführer unter Künstlern, Architekten, Intellektuellen unter den politischen und unternehmerischen Entscheidungsträgern im Inland und im Ausland. Die haben diese Hefte wiederum in ihren eigenen Kreisen zirkulieren lassen und haben damit die Ideen des Neuen Frankfurt in ihren eigenen Medien propagiert. Die Zeitschrift hat schon damals eine sporadische Beilage geführt. Es war ein lose beigelegtes Blatt mit dem Titel Frankfurter Register. Dies hat neueste Produktdesigns vorgestellt, die zu erschwinglichen Preisen eben auch der breiten Bevölkerung zugänglich sein sollten. Es gibt 17 durchnummerierte Einzelblätter, die haben in dem Sinne Stühle, Betten, Lampen, Tapeten, Wasserhähne und andere Haushaltsgegenstände für das moderne Leben in der Großstadt präsentiert. 1931, im fünften Jahrgang, ist die Zeitschrift Konkurs gegangen und aus der Konkursmasse glückte dann 1932 in Relaunch als die neue Stadt. Das verdeutlicht die Orientierung der Zeitschrift über das Rhein-Main-Gebiet hinaus und es ist natürlich auch titelprägend für meine Broschüre gewesen. Einer der Herausgeber, Josef Gantner, hat später gesagt, seiner Ansicht nach seien die Probleme in Frankfurt jetzt ausführlich genug diskutiert worden. Jetzt sollte man die gefundenen Lösungen auch auf andere Orte übertragen. Und deswegen waren folgerichtig die nächsten Themenhefte Metropolen wie New York, Berlin, Stuttgart oder Bern gewidmet, wie Sie sie hier sehen. 1933 wurde die neue Stadt eingestellt. Es ist klar, ein Magazin dieses Zuschnitts geriet sofort ins Fadenkreuz der Zensurmaßnahmen gegen die deutsche Presse und dabei hat nicht nur die Zielrichtung der Themen Anstoß erregt, denn natürlich war das eine vermeintlich undeutsche Kultur, die hier präsentiert wurde. Genauso war es die linke politische Orientierung der Mittlerarbeiter, die außerdem auch häufig aus dem jüdisch-intellektuellen Umfeld kam und deswegen verfolgt wurde. Zwischenzeitlich hat das neue Frankfurt aber längst anderen Zeitschriften mit einer ähnlichen Zielsetzung als Vorbild gedient. Unter diesen frühen City Max, wenn Sie so wollen, unter diesen City Max erregte das neue Berlin die größte Aufmerksamkeit. Es ist eigentlich, wenn man es genauer anschaut, nur ein dreister Epigone, ein Plagiat des Frankfurter Originals. Und Herausgeber und Schriftleiter der Stadtbaurat Martin Wagner und Adolf Beene, ein einflussreicher Kunstpublizist. Wagner und Beene haben sich auch, und ich zitiere jetzt, als echte Verwandte des neuen Frankfurt gesehen, wie sie offen zugegeben haben. Und genauso hat sich auch dieses Hauptstadtmagazin primär der Architektur und dem Städtebau gewidmet. Sein Untertitel hat später schlicht gelautet Großstadtprobleme. Im ersten Heft haben Wagner und Beene ein manifestartiges Geleitwort formuliert. Unsere Aufgabe soll sein, alle Arbeiten, Gedanken und Leistungen zu sammeln, die beitragen können, Berlin zu einer Städte glücklicher Arbeit und glücklicher Muße zu machen. Ich wiederhole, glücklicher Arbeit und glücklicher Muße. Die Macher haben sich damit auch als Wegbereiter für ein neues Europa, wie sie es genannt haben, gesehen. Aber Leitzia hat sich ihrem doch sehr ambitionierten Monatsschrift als kurzlebig erwiesen. Sie wurde eingestellt nach zwölf Ausgaben im Jahr 1929, auch aufgrund der Wirren der Weltwirtschaftskrise. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar weitere Epigonen im unmittelbaren Einzugsgebiet von Frankfurt, nämlich im benachbarten Mannheim. In Mannheim erschien ebenfalls ab 1929 die lebendige Stadt, ein Magazin für die städtebaulichen Probleme im Rhein-Neckar-Gebiet. Sie sehen hier das zweite Heft aus dem dritten Jahrgang. Es hat auf seinem Umschlag ziemlich plakativ gezeigt, was das Gebot der Zeit den Stadtkämmerern aufgezwungen hat. Sparen, selbst auf Grundlage einer Notverordnung. Die Auswirkungen der Moderne waren aufgrund der Nähe zum Dessauer Bauhaus auch bis nach Mitteldeutschland zu spüren. Davon zeugt beispielsweise das unscheinbare, aber herausragend seltene Stichwort aus Magdeburg, gegründet als städtisches Organ für Bühne, Musik und gestaltende Arbeit. Tatsächlich war Magdeburg, was man heute vielleicht gar nicht mehr so weiß, war Magdeburg damals ein Zentrum moderner Gestaltung, denn die grafische Abteilung des Hochbauamtes wurde von dem Ex-Bauhäusler Xanti Schawinski geleitet. Und er hat eben für die Stadt eine Reihe von Publikationen kreiert, darunter auch dieses Stadtmagazin im besten Sinne. Sie sehen neben dem Cover hier auch einen Rückumschlag und eine Anzeigengestaltung von Schawinski, zweifellos Werbegrafik der Avantgarde. Im nahen Leipzig, das war damals in der Zwischenkriegszeit eine bedeutende Verlagsstadt und ein Messestandort, erschien wieder ab 1929 ein PR-Blatt des Fremdenverkehrsamts unter dem jetzt nicht mehr wirklich überraschenden Titel Das neue Leipzig. Ganz im Sinne aktueller Stadtmagazine wurde hier eine Mischung aus Veranstaltungskalender und Zeitgeschehen präsentiert als Untertitel Monatshefte für die Kulturinteressen der Großstadt. Auch hier sind wir wieder bei unserem Thema. Und schließlich hat auch die etwas schläfrige Universitätsstadt Münster versucht, war damals bestenfalls eine Provinzmetropole, hat auch Münster von dem Trend zu profitieren versucht und hat wieder 1929 sein Magazin gestartet. Jetzt aber nicht das neue Münster, das war ihnen wohl etwas zu gewagt. Es hat gereicht, das schöne Münster zu nennen. Und wie dieser vergleichsweise banale Titel schon androht, haben die modern gestalteten Umschläge mehr versprochen, als die Hefte letztlich gehalten haben. Besonders deutlich wird es anhand der Tatsache, dass selbst die faschistische Machtübernahme dem Heft wenig Anbiet anhaben konnte. Jetzt hat man halt die neuen Machthaber unter einem Hakenkreuz modern in Szene gesetzt. Das war meine kleine Rundreise durch Deutschland auf den Spuren der frühen Citimax. Und ich will damit zu einem kurzen Fazit kommen. Meine Beispiele haben gezeigt, denke ich, dass ich insbesondere Ende der 1920er Jahre und insbesondere im Jahr 1929 eine Welle großstadtbezogener Zeitschriften auf dem deutschen Markt etabliert hatte. Und diese Magazine haben sich immer wieder mit einer konkreten Lebenswelt beschäftigt, die die Menschen in Metropolen umgeben hat, mit der neuen Zeit. Themen sind beispielsweise die zeitgenössische Architektur oder die industrielle Produktkultur, aber genauso, wie Sie hier sehen, die Lebensreform. Für die Macher stand außer Frage, dass man die moderne Lebenswelt auch in einer modernen Anmutung präsentieren musste. Und deswegen hat sich diese Verbindung zwischen gestalterischer Avantgarde und urbanem Lebensgefühl nochmals konsolidiert. Und es ist eine Verbindung, die uns bis heute, bis in diese Konferenz hinein prägt. Daneben hat auch die Publikumspresse und gerade die neue Mittelschicht der städtischen Angestellten zu beliebten Unterhaltungsmagazine, auch diese Presse hat regelmäßig über den letzten Schrei und die Innovationen im Alltagsleben berichtet. Es hat sich ein Lebensgefühl vermittelt, dass sich in exzentrischen Erfindungen und neuen Berufen, aber genauso in Erscheinungen sozialen Wandels, also etwa den veränderten Geschlechterverschändnissen, niedergeschlagen hat. Die neue Stadt wurde in den 20er Jahren ein Kampfbegriff gegen die konservative Stadtplanung. Die neue Stadt wurde gleichzeitig auch ein Sinnbild für den Aufbruch in die Moderne. Aber lassen Sie mich für den Abschluss noch einen Blick auf die Stadt werfen, in der wir uns gerade befinden. München kam in meinem Vortrag bisher nicht vor. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Das habe ich bis zum Schluss aufgehoben. Das neue München, das Sie hier sehen, ist aber von der ersten bis zur letzten Seite ein Witz. Es ist nichts anderes als eine Parodie auf die städtebauliche Avantgarde. Ein Scherz, mit dem sich die Münchner Zeitschrift Baukunst im Februar 1929 über den neuen Trend lustig gemacht hat. Als, Sie können es lesen, Untertitel Sextagesschrift für Gestaltung spekulativen Kollektivbewusstseins im Verlag das traute Wohnmaschinenchen. Februar, es ist eine Faschingsnummer. Und diese Faschingsnummer belegt einmal mehr, die Moderne hat es in dieser Stadt immer ein bisschen schwer gehabt. Und wenn wir uns fragen, weshalb München damals so weit weg von der Moderne war, dann hilft uns vielleicht ein Blick in das Gemüt des bayerischen Ureinwohners weiter. In ihrer Karikaturenkolumne die Taten und Meinungen des Herrn Xaver Hintermeier. Welch Name? In dieser Kolumne macht sich der beliebte Karikaturist Karl Arnold in der Münchner Illustrierten Presse, einer Stadt, einem Magazin aus München, er macht sich über das Leben in der Metropole Berlin lustig. Überschrift, er war in Berlin. Und was bringt der Xaver Hintermeier aus der Hauptstadt mit? Das ist dann so zuständig, klagt er. Zum Beispiel liegt die Bildung auf der Straße. Im Theater merkst du wenig vom Geist, siehst aber sehr viel Fleisch. Bei den Gästen, was nicht, ist ein Herr oder eine Dame. Mein Lieber, da bist froh, wann es ein Anhalter Bahnhof wie das Jackst. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Applaus Applaus